Na ja, ich bin ja gerade am Radeln und mir ist gerade eingefallen, es fehlt auf jeden Fall noch der Schleudergang und deswegen werde ich jetzt erstmal den Gang rausschalten und dann werde ich mich selber durch die... Moment. Oh, da hat es geklingelt. Ja, ich fahre nicht schnell genug. Es tut mir leid, ich schaffe es nicht mit deiner Hand den Gang umzuschalten. Also, das einzige was mir dazu logischerweise einfällt ist der Schleudergang. Um das ganze noch ein bisschen peppiger zu gestalten. Ja, diese Gummihühner gegen diese Nahrtscheibe schnipsen, während es schleudert. Okay, so. Beschleidung, genau. Oh. Oh. Okay, da habe ich... Oh, die bleiben nicht kleben, da habe ich vorher etwas... Donner! Ah, ah, shit. So. Kuck mal, es bleibt kleben. Guck mal! Es bleibt kleben! Ah, shit. Oh. Es geht weiter. Es geht weiter. Es geht weiter. Es geht weiter. Wir nähern uns dem Ende des Schleudergangs. Wir haben es geschafft. Es geht weiter. 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 Es geht weiter.